Wunderbar und in Österreich, wir sind ein Land der Häuslbauer und der Bausparer. Hat man hier versucht, den Weg auszureden? Ich stehe jetzt gerade mit dem Jan, der International Sales Manager bei CapTrader in der Wiener Börse. Und Jan, sag mal, als du gestartet hast mit dem Investieren, gab es Kritik von deinem Umfeld? Gab es Bedenken? Wie hat dein Umfeld reagiert? Ja, also da gab es von bis vom Augenrollen eigentlich auch teilweise dann bis zum Applaus. Den Applaus gab es dann eher schon von den erfahreneren Investoren und Anlegern tatsächlich. Und ja, das hat sich bei mir dann auch manifestiert. Also tatsächlich gibt es ja sehr viele Studien, die auch dazu immer wieder gebracht werden, dass langfristig an der Börse eigentlich man nur gewinnen kann. Und das hat sich bei mir persönlich auch eingestellt. Von daher, ich konnte auch viele Kritiker mittlerweile konvertieren sozusagen zur Börse. Wunderbar und in Österreich, wir sind ein Land der Häuslbauer und der Bausparer. Hat man hier versucht, den Weg auszureden? Da sind die Leute einfach ein bisschen ängstlicher vielleicht teilweise, was aber auch gar nicht Not tut. Und man kann sich ja da auch sehr, sehr breit aufstellen, breit diversifizieren.